Bevor wir starten, ganz liebe Grüße an das Team der BVG, das sitzt heute im Publikum. Wir freuen uns riesig, dass wir unseren gemeinsamen Case hier heute vorstellen dürfen. Kurz zur BVG, um so ein Gefühl für Dimensionen zu bekommen. Die BVG ist so groß wie die Verkehrsbetriebe von Frankfurt, München und Dresden zusammen. Und die BVG transportiert, jetzt muss ich aufpassen bei den Zahlen, über eine Milliarde Fahrgäste im Jahr. Das sind tatsächlich jeden Tag ungefähr dreieinhalb Millionen Menschen. Große Zahlen und, man muss auch sagen, ein großes Erbe. Das Corporate Design der BVG ist, ich würde sagen, weit über die Grenzen von Berlins hinaus bekannt. Schon in den frühen 90ern von Erik Spiekermann und Metadesign gestaltet, mittlerweile in den guten Händen von Strichpunkt. Ja, und was macht dieses Corporate Design eigentlich so charakteristisch, so gut wiedererkennbar? Ihr kennt alle diese Elemente in- und auswendig. Die werden jeden Tag von euch allen mit sehr viel Herzblut gestaltet. Und in genau solchen Systemen denken wir im Audiodesign auch. Nur, dass unsere Elemente eben auditive Elemente sind. Und die BVG hat tatsächlich sehr, sehr viele Touchpoints, in denen es ohne Audio überhaupt nicht funktioniert. Und im Gegensatz zum sehr guten Corporate Design, was konsistent hier überall genutzt wurde, gab es im Audiodesign noch überhaupt gar keinen Zusammenhang. Es gab zwischen dem Marketing und dem, was in den Fahrzeugen passiert ist, überhaupt keine Gemeinsamkeit. Und wir haben deswegen als Basis für das Audiodesign beschlossen, dass wir das aus der Marke ableiten müssen. Jetzt ist natürlich die Frage, wofür steht die Marke BVG? Wir haben gerade gesehen, im Corporate Design ist sehr viel gelb zu sehen. Im Herzen ist die BVG aber durchaus sehr bunt. Wir haben, wieder eine Zahl, in Berlin Menschen aus über 190 Nationen wohnen. Und die sind bei der BVG alle mehr als herzlich willkommen. Und deswegen ist das Thema Vielfalt eines der Hauptbestandteile der BVG-Marken-DNA. Das sieht man hier sehr schön in dem neuen Sitzmuster der BVG. Und heute auch, jetzt muss ich schrittieren gehen und du da, an unseren Socken. Danke an die BVG für das Sponsoring heute, um uns auf diesen Vortrag hier einzustimmen. So, Vielfalt auf Socken und Sitzmustern ist schön, aber wie klingt Vielfalt? Das ist tatsächlich die große Frage. Und wir haben angefangen, uns damit zu beschäftigen, jetzt aus der Perspektive der Komponistinnen und Komponisten. Und wir haben bemerkt, dass natürlich die BVG jeden Tag diese ganze Vielfalt miteinander verbindet. Die transportiert diese ganzen Lifestyles, diese ganzen Geschlechter, diese ganzen Altersgruppen. Und wir haben viele Menschen zu uns eingeladen. Unzählige Berlinerinnen und Berliner sind bei uns ins Studio gekommen und haben gesungen und gesprochen und gebrüllt und geflüstert und gehaucht. Und ich zeige euch mal einen kurzen Ausschnitt davon, wie das klingt. Deswegen dieser Satz, die BVG ist eine Bühne für alle. Sehr kurzer Ausschnitt. Ja, Kraft. Oh, danke. Kraft der Suppe unserer Komponistinnen und Komponisten sind dort sehr schöne, einprägsame Melodien entstanden. So richtige Gassenhauer. Und die einprägsamste Melodie ist dann auch zum BVG-Soundlogo geworden. Und das klingt so. Sehr einfach. Wer hätte es gedacht. Ein richtiger Ohrwurm. Genau. Jetzt haben wir die Vielfalt ganz gut abgedeckt. Jetzt ist die Frage, was eigentlich mit Berlin? Denn immerhin geht es ja um die Berliner Verkehrsbetriebe. Und dann schließt sich eben direkt die Frage an, wie klingt eigentlich Berlin oder wie klingen die Berliner Wurzeln? Und ich würde das eigentlich so gerne beantworten, aber ich bin zugezogen in Berlin. Du bist dort geboren, deswegen musst du leider. Immerhin dort geboren. Lang, lang ist es her. Wir haben jetzt eine Melodie, die ist sehr, sehr gut wiedererkennbar an all diesen Touchpoints. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Klangfarben, damit wir auch Musik komponieren können. Und die wohl einprägsamste Klangfarbe in Berlin ist der Berliner Slang selbst. Und der hat auf jeden Fall so ganz interessante Seiten. Der hat eine ganz weiche Seite. Das ist so die meine Großelterngeneration. Das klingt immer alles so schön warm. Es gibt noch eine andere Seite. Es gibt aber natürlich auch immer noch eine andere Seite. Die ist ein bisschen ruppiger. Hat er noch einen jötigen Fahrausweis? Das ist schon recht kontrastreich, das Ganze. Ein bisschen zackig. Und jetzt haben wir ein Instrument gesucht, mit dem wir diesen warmen, aber gleichzeitig ruppigen Ton umsetzen können. Und Wolfgang Amadeus Mozart himself hat mal gesagt, dass es kein Instrument gibt auf der Welt, was die menschliche Stimme so gut intonieren kann wie die Klarinette. Fürs Berlinerische war uns das noch nicht ganz ruppig genug. Deswegen sind wir eine Oktave tiefer gegangen und haben die Bassklarinette gefunden. Ich spiele euch mal vor, wie gut die den Berliner Slang nachmachen kann. Bis denne. Was war's da? So, und wenn wir das jetzt zusammensetzen, diese Zutaten, die vielfältigen Berliner Stimmen mit den einprägsamen Melodien und diese charmanten, aber doch ruppigen Klangfarben, dann kommt dabei ein Stück Musik raus, was wir die BVG Brand Music genannt haben. Und das war für uns die Basis, dann auch für alle weiteren Touchpoints. Ich zeige euch einen kurzen Teil. Ach so, der Titel ist ganz bescheiden. Die Sinfonie der Hauptstadt. Ganz bescheiden, genau. Ganz bescheiden, genau. Ganz bescheiden, genau. Das war's. Ganz bescheiden, genau. Na, die Zeit drückt, deswegen ist es alles recht kurz geworden. Deswegen komme ich jetzt auf. Aber es kommt noch mehr Musik, es dauert nur noch einen kleinen Moment. Wir gehen vorher noch mal zurück aufs Touchpoint-Rad, was wir vorhin schon gesehen haben. Es gab zwei Touchpoints in unserem Projekt, die sehr besonders waren. Und das waren einmal die Fahrzeuge und die Haltestellen. Die BVG hat über 7.500 Haltestellen und über 3.000 Fahrzeuge im Betrieb. Plus, das ist jetzt dein Part. Drei Fähren, also wir haben drei Schiffe. Und an diesen Touchpoints musste oder beziehungsweise muss immer noch unser Sound eine ganz besondere Aufgabe erfüllen. Er muss Menschen durch die Stadt navigieren. Und deswegen war es für uns total wichtig, dass wir unseren Sound nicht nur aus der Marke ableiten, sondern auch noch andere Perspektiven einnehmen. Und zwar die der User, der Stakeholder und der Technik. Wir haben, bevor wir angefangen haben zu gestalten, also eigentlich bevor wir all das gemacht haben, was wir gerade erzählt haben, einen sehr großen User Research gemacht und sind mit Fahrgästen durch Berlin gefahren, weil wir zwei Dinge verstehen mussten. Das Erste war, was für Bedürfnisse haben Fahrgäste überhaupt an Sound und Stimme im öffentlichen Nahverkehr. Und das Zweite war, wo können wir mit unserem Sound tatsächlich und wie können wir mit unserem Sound tatsächlich einen Mehrwert generieren oder wo und wie können wir auch genau das Gegenteil erreichen und für Verwirrung sorgen und auch stören. Die zweite Perspektive, die der Stakeholder, gerade bei unserem Service Design, großes Thema, Stakeholder Management, da gab es auch bei diesem Projekt eine Menge Leute, die frühzeitig einbezogen werden mussten in dieses Projekt. Zum einen hatten wir von Anfang an dabei Expertinnen für Barrierefreiheit. Klar, unser Sound musste barrierefrei gestaltet werden. Wir mussten sicherstellen, dass an allen Touchpoints alles von allen Menschen, auch denen mit Beeinträchtigungen, gut gehört werden kann. Wir haben den Kundenrat der BVG frühzeitig einbezogen. Das ist ein Gremium, das stellvertretend steht für alle Fahrgäste der BVG. Dann, einige von euch werden es kennen, Unternehmen in Unternehmen. Wir mussten natürlich auch U-Bahn, Tram und Bus die Bereiche einbinden und nicht zuletzt die ArbeitnehmerInnenvertretung, denn die Fahrer und Fahrerinnen der BVG hören unsere Sounds acht Stunden am Tag oder was. Und entsprechend hatten sie dann natürlich auch ein Wörtchen mitzureden. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, wenn man irgendwie diese Gruppen nicht oder zu spät einbezieht in so ein Projekt, dann kann das ein Projekt auch mal zum Kippen bringen oder dazu führen, dass es sich hier und da ein Jahr verlängert, der Prozess. Ja, jetzt haben wir die Perspektive der Marke, die Perspektive der Fahrgäste, die Perspektive der Stakeholder. Da bleibt ja eigentlich nur noch die Technik. Nur noch. Und so schwer kann das ja nicht sein. Es sind ja schließlich nur 3000 Fahrzeuge ungefähr. Und es gibt in jedem Fahrzeug, na nicht in jedem, aber es gibt in vielen Fahrzeugen sehr unterschiedliche Lautsprechertypen. Jeder Lautsprechertyp hat einen anderen Sound. Der eine klingt sehr dumpf, der andere klingt sehr hoch. Die anderen Lautsprecher sind hinter der Beleuchtung verbaut. Das variiert enorm. Das, was man da oben gerade sieht, sind die Kurven, die den Sound dieser Lautsprecher ausmachen. Und wir haben diese ganzen Lautsprechertypen durchgemessen. Und wir haben Sounds getestet und wieder getestet und nochmal getestet, bis wirklich alle zufrieden waren. Es sind sehr viel BVG gefahren in diesem Jahr. Am liebsten im Hochsommer. Es waren eigentlich meistens über 30 Grad da drin. Die Klimaanlage hat ordentlich Wumms gehabt, aber da musste unser Sound gegen anarbeiten. Es war nicht das schlechteste Testing. Ja, und mit diesen ganzen Perspektiven ging es dann darum, einen sehr, sehr kurzen Sound zu designen. Einen Sound, der für Aufmerksamkeit sorgt, bevor es eine Durchsage gibt. Und da diese Lautsprechertypen natürlich nicht in der Lage sind, Musik wieder zu geben, konnten wir jetzt nicht einfach eins zu eins das Soundlogo nehmen. Wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel. Wenn ich jeden Morgen mit der U-Bahn zur Arbeit pendeln und in Ruhe mein Buch lesen möchte, dann würde mich das wirklich sehr stark ablenken. Aber ein bisschen Aufmerksamkeit braucht es eben doch. Was haben wir gemacht? Wir haben eine kleine sogenannte Gong-Architektur entworfen und in diesen Gongs spiegelt sich überall die Melodie wieder. Die Klangfarbe ist allerdings vollständig geändert, weil die Lautsprechertypen dann einfach sehr viel besser klingen. Und das ist der Gong, den jeden Tag dreieinhalb Millionen Berlinerinnen und Berliner jetzt hören. Oder wenn ich schon bei der Endhaltestelle bin oder eine besondere Durchsage kommt, dann kommt dieser Gong hier. Jetzt gibt es natürlich kein Gong ohne Stimme. Wer schon mal BVG gefahren ist, weiß, dass es eine Ansage braucht. Und auch das war Teil unseres Projektes. Wir sollten eine neue Stimme für die BVG finden. Eine Stimme, die verständlich ist, Stichwort barrierefrei, die sich durchsetzt im Berliner Stadtlärm. Eine Stimme, die die Vielfalt der BVG widerspiegelt und eine Stimme mit Berliner Wurzeln. Und mit diesem Briefing sind wir in den, ich glaube, größten Casting-Prozess der Geschichte von Why the Birds eingestiegen in einem Projekt. Wir haben insgesamt uns über 1000 Stimmen angehört. 30 haben es auf die Shortlist geschafft. Und mit fünf Sprecher und Sprecherinnen sind wir bei uns ins Studio gegangen, haben Testaufnahmen gemacht und sind mit diesen Testaufnahmen in Fahrzeugen mit Fahrgästen durch Berlin gefahren und haben es getestet. Und am Ende waren sich alle einig und wir haben die Stimme Berlins gefunden. Und es ist die Stimme von Philippa. Philippa Jakel, die Bio-Räder. Sie wäre tatsächlich sehr gerne heute gekommen, aber sie ist gerade in den Urlaub gefahren. Ich schwöre, es ist nicht erfunden. Das stimmt. Ich spiele sie ab. Alexanderplatz. Wer schon mal in den letzten zwei Jahren in Berlin war, hat es sicherlich gehört. Jetzt müssen wir noch einmal zum Touchpoint-Rad. Das ist gut. Es gibt nämlich noch einen weiteren Touchpoint, den ich ganz kurz ansprechen möchte und der ist deutlich musikalischer. Die BVG ist sehr bekannt für ihre hervorragende Social-Media-Kommunikation und da braucht es jeden Tag Musik. Und zwar in den unterschiedlichsten Stilrichtungen. Manchmal gibt es ganz ernsthafte Themen, bei denen die Menschen aus dem Vorstand auftreten. Manchmal gibt es technische Themen, wo sich die Musik ganz im Hintergrund aufhalten muss. Und manchmal gibt es auch sehr lustige und unterhaltsame Filme, um neue Mitarbeitende zu gewinnen. Und wir haben deswegen eine ganze Musikbibliothek mittlerweile für die BVG entwickelt. Aus diesen gerade eben genannten Zutaten. Immer diese vielfältigen Sounds und dieses ruppig Charmante. Und jedes Stück in dieser BVG Musiklibrary ist nach einem Berliner Bezirk benannt, weil die Berliner Bezirke auch genauso divers sind, wie die Themen, die die BVG jeden Tag bespricht. Und ich möchte euch jetzt einmal einen kleinen Ritt durch die verschiedenen Berliner Bezirke zeigen mit der BVG eigenen Musik. Und ich möchte euch jetzt mal sehen, wie die BVG. Und ich möchte euch jetzt mal sehen. Musik Wir wollten noch ganz kurz sagen, dass diese ganze Musik jetzt der BVG zur Verfügung steht. Und die müssen uns auch nicht jedes Mal anrufen. Es gibt ein Software-Tool, das haben wir entwickelt. Das heißt Music Curve. Und damit können BVGerinnen und BVGer jetzt jeden Tag diese Musik auf ihre Bedürfnisse anpassen. Jeder Film hat eine andere Dramaturgie. Manchmal muss sich die Musik bei einem Interview im Hintergrund aufhalten und manchmal gibt es einen richtigen emotionalen Höhepunkt. Das, was man hier sieht auf dieser Kurve ist nicht die Lautstärke der Musik, sondern das ist, ich nenne das immer den emotionalen Wumms. Und Kurve unten bedeutet, Musik hält sich zurück, wenig Instrumente, Kurve oben, viele Instrumente. Und das funktioniert ziemlich gut. Jetzt hatten wir heute nur ganz kurz Zeit, aber wer Lust hat, noch mehr über dieses Projekt zu hören, es gibt einen Podcast. In dem kommen ganz viele Menschen zu Wort, auch Philippa, die an dem Projekt beteiligt waren. Und wer Lust hat, hört rein und mit gnadenloser Überziehung. Vielen Dank fürs Zuhören. Applaus